Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Valheim. Ich weiß gar nicht, wie begrüßt man sich so im Nordischen. Ich weiß nur, wie man anstößt. Machen wir das einfach so. Skoll! Und ja, wir sind nach wie vor hier unten in dem düsteren Dungeon, in dem wir diese weirden Würfel suchen. Die Jungs sind auch schon hungrig auf mehr. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet. Das ist für uns ein neuer Mittwoch. Also wir haben nochmal Ausrüstung. Wer schießt denn hier? Okay, Ausrüstung nochmal abgegradet und repariert, was es zu reparieren gab. Und jetzt, jetzt geht's weiter. So, wir können loslegen. Wo waren wir denn? Aua! Ach, das Skeletter schießt die ganze Zeit. Ich hab mich schon... Ja. Ich muss mir auch nochmal kurz einen Snack reinhauen. So. Ach stimmt, hier ging es ja noch nach unten. Ja, und da hatten wir auch sogar noch eine Tür, die wir noch nicht geöffnet hatten. Hier, ne? Ja, aber das soll erstmal nach unten gehen. Oder machen wir jetzt erst die Tür auf? Ich hätte gedacht, wir machen erstmal... Okay, erst die Tür. Jetzt sind wir oben. Gut. Dann haben wir das geklärt. Alles klar. Mein Gott, hier ist aber auch... Da war aber auch wieder was los. Wir sind ja nicht einmal gefangen, wir kommen nicht mehr raus. Vorsicht, Armin. Was denn? Nee, weil du so runterruttet bist. Da vorne liegt noch... Da liegt immer noch Hafennagel. Ein Skelett, ein Skelett. Wie geil wäre das, wenn wir nur wegen dieser Tür wieder nach hierher gekommen wären. Ja. Boah, ich kick auf. Ich bin ja noch am Sack. Ist ordentlich auf die Fresse. Von da raus, von da raus. Ja, ich wollte da raus, aber ich muss mich auch schützen. Und der erste ist tot. Der erste ist schon down. Ganz klasse. Jetzt haben wir unseren Tank verloren, ne? Der Hafennagel auch. Ne, der liegt da schon... Der hat letztes Mal schon nicht alles eingesammelt. Achso, das ist vom letzten Mal noch der... Da ist noch eine Fackel drin. Oh ja, ich habe... Achso, ein Stern... Zwei Sternstilette. Ja, ich habe den Spawner, glaube ich, gesehen. Hilfe, Hilfe. Geh mir aus dem Weg. Vorsichtig in der Tür, ne? Passt auf, dass ihr euch da nicht... ...verklumpt. Okay, wir haben den High Ground. Jetzt haben sie verloren. Nein. Nein, der Hafennagel ist down. Der braucht mich auf dem High Ground. Oh Gott. Okay, lass uns doch mal schauen. Ey, wir sind noch zu dritt. Vielleicht schaffen wir den... Hat jemand eine Fackel? Ja. Dann geh mal mit der Fackel vor. Hier um die Ecke ist der, glaube ich. Ja. Nein, 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 nein. Ich habe kein Schild. Achso weg. Ey, wieso? Wieso schießt ein Miner so schlecht? Oh Gott. Leute, wir lassen uns jetzt nicht von einem Billowskelett besiegen. Mist. Kein Stern. Warte, kein Stern. Oh, Bogenschütze. Oh, heiho. Wir kommen halt einfach nicht... Ihr seid auf dem Weg wieder hierher, ne? Ja. Okay. Wir müssen halt diesen Spawner kaputt kriegen. Vorsicht, Flo, da ruhig lang gedanken. Okay, das Bordhaus kaputt. Sehr gut. Sehr gut. Leute, das hat die letzten... Die letzten zwei Skelette. Sehr schön, Jungs. Ach, das haben wir fantastisch gemacht. Oh, was ist das? Oh, hier sind ja voll viele Würfel. Oh, krass. Vier Würfel und eine Kiste. Dann haben wir es. Alter. Richtig gut gemacht, Leute. Krass. Was ist denn in der Kiste? Weiß ich nicht. Äh, Pfeile und so ein Rubin war da drin. Und äh, Ember. Das klingt ein bisschen gelogen. Sag das... Sag doch mal kurz die Worte Gold und Edelsteine. Würde gerne wissen, ob du du willst. Nein, nein, da war nichts. Da war nichts. Ich mach mal einen eigenen Server auf. Sag Gott, tschüss, ihr Trottel. Ich gehe auf Ebay. Hey, hier verkauft gerade jemand Edelsteine und Gold. Ja, dann braucht die Jungs jetzt gar nicht zurückkommen, oder? Doch. Wegen dem Du. Achso, ja, selbstverständlich. Aber wir können ja die Würfel schon mal wegbringen. Der Spawner ist auf jeden Fall kaputt. Ein nackter. Na, kleiner, gefällt dir, was du siehst? Hallo. Oh Gott. Gefällt dir Weg zurück nicht mehr. Lauf ein Märchen daher. Ah, hier geht's raus. Ja, wir können ja die Würfel schon mal eins lageren. Ja, dann soll ich noch auf deiner beiden warten, oder? Ach ja, stimmt, die müssen ja nur kurz einsammeln. Ja, dann warten wir. Aber ich warte, obwohl. Ne, ich warte drinnen. Ich glaube, das ist sicherer. Ich glaube, auch drinnen warten ist besser. Oh, kleinen Moshpit. Mit Fackeln. Da ist auch krank. Violent Dancing. Boah, Julian, das ist richtig im Party-Modus heute. Ja, ich weiß auch nicht. Was, Leute, ey? So weit waren wir noch nie. So weit waren wir noch nie. Aus. Björn. Und die Würfel haben wir jetzt genug? Also ich habe einen Würfel eingesammelt. Ich habe auch einen Würfel. Im Gepäck. Zwei. Ah ja, okay. Und wir... Also wie viele Würfel brauchen wir jetzt gesammelt? Nee, das ist in der Treppe gesammelt. Ah ja. Hinterfrag das bitte nicht. Wollt ihr dich vielleicht kurz anziehen? Ja, ja. Aber ihr seid ja noch am Looten, ne? Oder was macht ihr da? So. Dann können wir doch nach Hause, oder? Ja. Yes, sir. Was machen wir nochmal mit den Würfeln? Irgendwas mit dem Smelter, ne? Wir bauen den Smelter damit. Wir bauen den Smelter damit. Das entzieht sich zwar meinem Verständnis, warum man dafür so komische Würfel braucht. Aber mein Gott. Das ist wahrscheinlich wie Batterien. Heißt das, wenn die leer sind, müssen wir dann wieder losziehen? Wie hieß nochmal der Würfel, den Loki unbedingt wollte? Den Smelter-Würfel? Den Allspark. Ah, das ist der Allspark? Ja, das kann gut sein. Nee, der Allspark ist doch von Transformers, oder? Stimmt. Ich habe letzte Tage geguckt, ob das... Das war doch der Begleiter-Kobus, oder? Warum gibt es denn überall Würfel? Genauso wie es überall Kugeln und Ringe gibt. Ja, aber ich dachte, Gott würfelt nicht. Ja, deswegen liegen die ja auch auf der Erde rum, du Dödel. Achso, du meinst, er hat sie geschaffen, aber er nutzt sie halt einfach nicht. Ja. So, davon lassen wir die Finger, Leute. Glücksspiel ist in der Zeit. Habe ich einmal gemacht. Lassen wir. Glücksspiel kann süchtig machen. Der Apfel ist weggeflogen. Der fällt aber nicht weit vom Stamm. Vielleicht sollst du einfach mal den Stamm suchen. Da antworte ich nicht drauf. Ich bin hier nicht irgendwo dieser blöde Roll. Ja, wir rennen direkt. Da ist er. Zurück, zurück. Wir nehmen wir auseinander. Wir haben schon mal einen toll getötet. Haben wir? Ja. Wir sind mit dem Bein und Bogen, Leute. Boah. Oh, das sind auch Great Rocks mit denen, der beschäftigt ist. Der brennt. Ja, oh Leute, der kriegt ja richtig Damage. Ach, der ist mir hinterher. Warum denn immer ich? Der möchte doch nur mit dir über seinen Lord und Xavier reden. Alter, bis wohin läuft der denn, der Troll, mit seinem Nackedei-Arsch? Läuft dem Flo hinterher. Was ist denn das hier für eine Höhle? Kann man in die Höhle reingehen. Der Troll ist jetzt gleich bei uns zu Hause. Das ist eventuell problematisch. Geht der nachher zurück? Flo, du musst ihn im Kreis führen. Oh, 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 oh. Mann, dieser blöde Great Wharf ist an mir dran. Oh Gott, und der Troll auch. Leckt. Ich mag es nicht, wenn es läge. Läge jetzt irgendwas. Alter, die werfen mit Stein. Headshot, Leute. Oh. Der ist so unproportional. Oh, das ist echt schlimm am Längen. Ah, oh Gott. Nein, lass mich in Ruhe. Alter. Oh Gott, oh Gott. Ah, er hat diesen wahnsinnigen Blick. Oh, oh, oh. Nice. Da ist er down. Loot, 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 loot. Vollkopf. 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 Kann er den Nino vor uns tragen? Ich habe auf jeden Fall Paul Leder bekommen. Oh, das ist gut. Hier ist noch der Great Roof. Können wir den gerade auch noch kurz löschen. Warum sollen wir ihn löschen? Der brennt doch gerade. Du mit Anti-Life. Ach, Göttchen. Oh Gott. Ich habe auch Troll- Hight bekommen. Sollen wir dich ab sofort so ansprechen? Eure Troll-Hight? Ja. Ja. Hättet ihr auch unser Haus zerstören können? Ja. Wenn er gewollt wäre. 100 Pro. Oh nein, ich brenne. So, ich tue jetzt die Kubi, tue ich jetzt hier rein. Wir können uns alle einen Cape machen. Troll-Hight Cape. Cape? Was habe ich denn hier noch? Das sind das Goldmünzen? Ja, tatsächlich. Ey, ich meine... Ich habe nichts von Interesse gefunden. Ne, haben wir ein Lager für Goldmünzen und sowas? Wofür brauchen wir die überhaupt? Da sind noch mehrere Kisten. Eine Ahnung. Vielleicht kann man damit handeln. Selbst im Werlheim muss man irgendwie das Geld ranschaffen. Sicher nicht alles umsonst. Der Armin muss bezahlt werden für die ganzen Sachen, die er macht und die, nachdem ihn keiner bittet. Ich habe einen Bausparvortrag. Was soll ich mit dem Trollkopf machen? Gut, in die Natur-Fan-Kiste reinlegen. Die ist toll. Ah, guck mal, hier ist Kumbi-Münzen rein. Ich habe noch ein bisschen Holz, aber die Holztruhe ist voll. Ach nee, da gibt es noch eine zweite. Okay, ich habe nichts gesagt. So, okay, wo lagern wir denn diese Würfel? Wo kann ich den... Wir bauen da jetzt dann direkt das Ding da draus, Freunde. Ja, ja, aber dafür müssen die ja... Ich kann es auch rauswerfen, also... Oh. Ne, dann landet das wieder unter dem Bett. Ich habe es in die Tools-Kiste gelegt. Ja, das ist eine gute Idee. Nicht in die Tools, sondern in die Baumatz-Kiste. Hier, bei Schlimmatz. Hier. Baumatz. Was soll da rein? Dieser Würfel. Ja, Armin, dann guck dir mal an, wo du das Ding hinhaben willst, würde ich sagen. Das ist eigentlich die Trophäen-Kiste. Stell den Smelter bitte neben Mikes Bett, damit er endlich bei uns schlafen kann. Ist irgendwo unten. Ist eine Naturgedöns-Kiste. Ja, ich glaube unter der. Nee, unter der Naturgedöns-Kiste ist die nicht. Bei der Tools-Kiste. Ja, kann sein, irgendwo hier nicht. Ähm. Wie das sortiert ist, müsste ich mal gucken. Könnt ihr auch ändern, wenn ihr wollt. Nee, Armin. Es wird sich hier nichts ändern. Ob du hier bist. Es wird alles so wie es ist. Und nicht. Ich habe bei solchen Memes immer Angst, dass es irgendwann nicht mehr das Publikum dafür gibt. Dann weiß man, man ist alt. Ja. Fragen die Leute, was... Wo, wo? Woher ist das? Erdbeck-Gäse. Das ist eine leere Truhe. Ach so, Waffenutrüstung. Ähm. Aha, okay. Weiß nicht, wohin ich meine Ember Pearl packen soll. Ich packe es jetzt einfach hier rein. Hm, 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 hm. Alles gut. Wo ist das in der Naturgedöns? 20 Stone. Charcoal-Kiln. Haben wir jetzt schon den Smelter gebaut eigentlich? Nee. Ach, du Scheiße. Wir brauchen 5 für den Smelter und 5 für das Charcoal-Kiln. Also das heißt, wir brauchen noch 3. Aber den Smelter können wir ja als erstes bauen, oder? Meine Güte. Wofür brauchen wir das? Was ist das? Ich weiß nicht, wofür wir das Charcoal-Kiln brauchen. Aber lassen wir bauen. Charcoal-Was? Was warst du, Armin? Ja, so ein Kohlerofen. Ah, okay. Naja, wahrscheinlich einfach damit wir Holzkohle haben, um den Smelter zu befeuern. Ich hab die in die Batzel-Matz wieder reingetan, ne Armin? Dann kannst du dir die 7 Dinger eben nehmen. Du brauchst auch noch 20 Steine dafür. Ich find, so wie das geschrieben ist, klingt die Batzel-Matz-Truhe so, als wär da Gras und Paper drin. Also, ich weiß nicht, wenn ich Batzel-Matz lesen. Was habt ihr denn da reingelegt? Die Tür für meine Matz. Weg von meinen Matz. Armin, magst du das Ding direkt mal draußen hinbauen? Oh ja, bauen wir unsere kleine Schmiede draußen hin? Das find ich nice. Oh ja, mach das mal. Der Hauptarmin, da ist Armin. Ja, mir was Bauern angeht, bist du Chefe. Aber ich möchte den Chefschaubarbeister Chauweed. Wenn schnell geht's, dann gerne einwerfen. Wir können ja erstmal hier draußen irgendwo hinbauen. Wir können den ja auch umsetzen. Ihr könnt's ja dann drüber rumbauen. Hier neben, irgendwie, neben das Haus. Ich find so ein kleines, kleines Extra-Gebäude ganz, ganz süß. Was da unsere Schmiede ist. Ja, eigentlich wollte ich hier vorne eine Mauer rumbauen und dann... Außer der Kiln muss an der Werkbank dranstehen. Das war natürlich kacke. Ja, ja, das... Du wirst da schon auf jeden Fall was kriegen. Ja, muss an der Workbench. Muss in der Nähe der Workbench sein. Aber die ist groß genug, also du kannst das vor das Haus bauen. Du musst es nicht ins Haus bauen. Ich weiß nicht mal, wie ich das Ding im Bau. Ich hab den Bauplan ja nicht mehr. Achso, ja gut, dann mach ich das eben. Kannst du mir die Dinger geben? Die liegen da in der Küste. Ich weiß doch gar nicht, wie das... Was war das denn? Was du meinst, wenn ich die dann im Inventar hab, dann hab ich die einfach als Dingens zum Bauen oder was? Ja. Hast du die noch nicht mal in der Hand genommen? Doch. Ach, jetzt hab ich da auch neue Elemente. Smelter. Den bauen wir erstmal. Do it. Rotate. Zack, ich. Da hinten ist schon ein Grey Dwarf. Ah, jetzt ist er da. Alter! So, I bring Tidings. Posit your raw ore in this furnace and it will melt away all arms. You will need coal to fuel this matter. This can be produced by building it and loading it with wood. Das war ja klappt. Das heißt... Aber haben wir nicht schon coal? Ja. Das ist wahrscheinlich wie in Minecraft, ne? Du kannst Kohle finden oder du kannst das halt selber herstellen. Wenn Fleisch verbrennt, oder? Genau, ja. Das geht wahrscheinlich... Kannst du noch 100 pro auch irgendwie... Ich meine, hier im Lagerfeuer ist quasi Kohle. Also... Hast du schon Erze reingemacht? Was wird da als erstes eingeschmolzen? Komfort wahrscheinlich, ne? Uh! Da passiert was. Ah, okay. Boah, was ein Riesending. Das halt nicht. Der Smelter erst. You don't have any processable items. Wie kommen wir da jetzt ran, wenn das gesmeltet ist? Das sehen wir dann. Hast du gerade ein Wortspiel gemacht, weil da zehn Sachen drin sind? Das... Ne. Da ist es. Das klang so, als hättest du gesagt, das... Das sehen wir dann. Eine Forge. Wenn wir jetzt bauen. Uh! Dafür brauchen wir Copper, Wood, Coal und Stone. Oh, hier wird eine kleine Terrasse eingebaut. Ich will eine Hollywood-Schaukel. Da müssen wir direkt auch genug von haben. Dann baue ich die Forge gleich dazu. Dann liebendran. Wenden wir so. Haben sie jetzt etwa das Eisenzeitalter erreicht? Das Bronzezeitalter haben sie erst mal erreicht. Da kommt der nächste Klumpen raus. Alter, was man kann damit? Ach, ne, okay. A bar of pure Copper ready to be worked. Oh, Copper can't be teleported. Was soll das denn? Ja, mit den Rokitalen geht das so nicht. Ähm. Kannst du mir das Copper geben? Dann kann ich nämlich gleich... Ja. Oh, hast du es bekommen? So ein bisschen weit geflogen. Ja. Magnusson, hast du jetzt gerade zufällig das Copper gekriegt? Ich habe Kupfer bekommen, ja. Ich lege es mal hier in die Bastel, Mats. Kannst du mir es nicht eben geben? Wenn wir sechs haben, baue ich direkt daneben die Dingens. Äh, wir haben Teumaus. Und wenn ich vielleicht kurz schlafe, damit es wenigstens ein bisschen hell ist? Ja, wir können, wir können gerne machen, dass wir eben... Ich lege das Kupfer einfach hier hin. Also ich lege mich jetzt mal ins Bett. Komm, Leute. Ich habe das Kupfer auf den Boden gelegt. Lass den Trailing da draußen, der will dir nur irgendwas andrehen. Wieso legst du das hier irgendwo auf den Boden, Mike? Hast du doch gerade gesagt, dass ich das machen soll. Doch, du hättest es mir einfach geben können. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich habe jetzt zwei Kupfer. Ja, jetzt habe ich es wieder aufgesucht. Jetzt sind da eins. Okay. Ja, nur, dass es halt nicht wieder unter das Ding fällt, was? Und das Bett, genau wie das letzte Mal die Feuerpfeile. Och, ja. Die sind durch den Boden gefallen. Die sind durch den Boden gefallen. Du hast den Boden gebaut. Wie konnte das passieren? So, ich lege das jetzt einfach hier in die Kiste rein. Das ist eine Idee. Da ist immer noch der Grailing, Leute, ne? Aber ich habe gerade keine Zeit. Ich muss erst mal Frühstück holen. So. Alter. Das hat schwer. Wir müssen aber aufpassen. Oh, scheiße. Wir müssen aufpassen, wenn wir den hier drin bekämpfen. Lassen wir die Sachen kaputt schlagen. Sehr schön. Okay. Ich glaube... Ich glaube, ich gehe mal wieder jagen. Ich habe irgendwie das Gefühl... Nein, scheiße. Oder baust du da jetzt schon fancy Stuff? Ich baue das Ding gleich dahin. Ja, ich muss nur kurz gucken, dass ich die... Kohle mitnehme. Ich baue das Ding dann... Hier einfach links nach. Nee. Ich möchte es da nehmen. Es geht ja erstmal Not um, das Ding zu haben. Ich wollte gerade sagen. Aber für die weitere Verarbeitung brauchen wir dann zwingend diesen... Opa, Knife. Kohle Bums. Wie noch was übereinander sind. Feuer ist aus. Crafting Station needs the roof. Ja, Armin. Da ist ein Job. Bitte Sorge... Sorge für eine Überdachung. Oh, nicht ein bisschen die Hagen. Ich habe hier auch noch mal was passiert. Crafting Station im Baum. Genau da, wo ich jetzt gerade das Ding wegbauen will, baust du das Ding hin, ja? Ja, der funktioniert halt. Was willst du denn da machen? Also einen Copperknife könnten wir jetzt bauen. Ja, warum baust du denn jetzt dafür eine neue Werkbank? Warum gehst du nicht einfach rein? Nee, das ist die Forge, Armin. Ah, okay. Da muss man dann in den Smell einfach Stein reinschmeißen, oder was? Nein, nein. Dafür musst du Erz reinbauen. Ach so. Das wäre eigentlich... Wisst ihr was? Das mache ich mal, statt jagen. Ich habe ja hier noch meinen Antler im Inventar. Mal gucken, ob ich nicht ein bisschen Erz noch finde. Keine Ausdauer mehr. Sinn. Butcher Knife. Zeigungs, ich bin für heute raus. Du bist für heute schon raus. Das ist ja auch recht. Ich muss noch meine Wäsche aufhängen. Die Bürden des Erwachsenseins. Hatte ich euch erzählt, dass meine Waschmaschine kaputt gegangen ist? Naja, sie hat auf jeden Fall vor drei Wochen oder so, wollte ich montags... Also ich habe... Ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Bitte. Meine alte Waschmaschine konnte ich halt so programmieren, dass die halt quasi immer fertig war, wenn ich von der Arbeit wiedergekommen bin. Was richtig geil war. Weil ich dann überhaupt nicht mitbekommen habe, dass sie gelaufen ist. Bin ich von der Arbeit gekommen, habe meine Wäsche aufgehängt und fertig. So, und dann irgendwann vor drei Wochen oder so, können doch schon vier Wochen sein, komme ich nach Hause, will meine Wäsche aufhängen. Pack in die Waschmaschine, alles komplett nass. Oh. So, äh, was ist da los? Erstmal noch auf Schleudern gestellt. Irgendwie, weiß nicht, ich glaube, das war dann auch irgendwie Montag oder so, dann, wo wir Forza gezockt haben. Oder irgendwas habe ich auf jeden Fall gezockt. Müsste Forza gewesen sein. Wieder zur Waschmaschine gegangen, eine halbe Stunde später. Immer noch genau derselbe, Bums. Dann daneben geblieben und es hat sich halt einfach nichts gedreht. Gar nichts passiert. Einfach tot. Jetzt habe ich mir eine neue Waschmaschine bei eBay Kleinanzeigen geholt, die auch richtig geil ist, aber die hat halt diese geile Programmierfunktion nicht. Das heißt, ich muss jetzt immer nach der Arbeit noch meine Waschmaschine anstellen. Was dazu führt, dass ich jetzt noch meine fucking Wäsche aufhängen muss. Ein Teufelskreis. Am falschen Ende gespart, hätte ich gesagt. Ja. Aber das weiß man immer erst danach. Das ist leider... Man weiß immer erst, wie gut man es eigentlich hatte, wenn man das verloren hat. Ich muss zugeben, dass ich bis gerade nicht mal wusste, dass es programmierbare Waschmaschinen gibt. Es war halt einfach nur ein Timer, den man eingestellt hat. Tosco, ich führe, was das angeht, ein so einfaches Leben. Ich habe noch einen ganz altmodischen Staubsauger. Ich gehe noch immer runter zum Rhein. Wie? Hä? Nee, Quatsch. Ich kaufe einfach neu. Wie? Waschen? Verstehe ich nicht. Alles klar, Jungs. Na gut. Bis die Tage. Bis den. Bis die Tage. Wieso? Also hier ist schon wieder so wenig Getier. Ich möchte übrigens feststellen, dass meine Erzsuchmission ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Da waren ganz viele Great Wurfs und dann habe ich mich nie mehr getraut. Scheiße. Ich kann doch hier erst mal nach Zen suchen. Hau mal. Ich habe einen Eber gefunden. Genau, du kannst auch Fleisch sammeln, damit wir das über... Hä? Was ist denn hier los? Ja, Fleisch sammeln, damit ihr das was? Damit wir das dann später brennen können auf dem Grill. Und damit daraus dann... Scheint mir aber eine umständliche Sache zu sein, um an Kohle zu kommen. Aber das ist auf jeden Fall einfacher. Als jetzt noch drei Perne zu finden. Oder? Aber können wir das nicht irgendwie mit Holz machen? Ne, dafür brauchen wir Kohle. Na gut, wir können halt diesen... Holzkohleofen können wir benutzen. Ah, okay, verstehe. Und das geht nur da drin. Soweit ich weiß, ja. Ja, na gut. Und den können wir nicht bauen, weil da brauchen wir jetzt noch mehr von diesen Rubik's Cubes. Immer ist was. Genau, also Zinn findet man am Wasser. Oh. Ich habe Kupfer erst gefunden. Genau, guck mal. Wer uns findet man im Black Forest. Oh, ich war ewig. Ewig und drei Tage. Nein, jetzt kommen gerade die Great Wharves. Das war alles gut. Nein. Nein. Nein, du Gott. Ich habe doch gerade euren Kollegen umgebracht. Und jetzt kommt schon der Nächste. Hä? Als ob ich ihn nicht getroffen habe. Gattest du mir nicht erzählen. Nein. Nein. Oh. Auf sie mit Gebrüll. Sehr gut. Ich meine, ich hatte es auch alleine geschafft, aber trotzdem sehr gut. Ich hoffe, du hast eine Spitzhacke mitgebracht. Das dauert nämlich ewig hier das Erz abzubauen. Alter, da ist schon direkt der Nächste. Aber die kommt doch mit Absicht in die Nähe zu dem Depot. Das muss man sein. Yo-ho. Yo-ho. Wir sind verrückt und froh. Yo-ho. Und dann möchtest du eigentlich auch in die Gewerkschaft der Eisenklopper, der Kupferklopper, kommt rein. Wir nennen uns auch die Kupferklopper. Ich finde, Kupferklopper ist richtig gut. Ja, ich würde gerne es ist da irgendwelche, ist das wie so eine Zunft? Also gibt es da Beschränkungen oder Vorschriften? Ich muss dich einfach nur bei Herbert melden. Einfach bei Herbert melden und dann alles klar. Wie erkenne ich Herbert? Der hat keinen Bart. Herbert ohne Bart. Also eine Frau. Wobei im Zwergenreich haben ja auch die Frauen Bärte. Wir blätstens in der Pen-and-Paper-Truppe unser, unser Zwerg kann enorm gut zeichnen. Also die tatsächliche Person, der Spieler. Und er hat seine angetraute Zwergendame hat er gezeichnet. mit dem klassisch beschriebenen Zwergenfrauen-Accessoire, dem Damen-Bart. Und es ist richtig, es hat der so gut gezeichnet. Es ist der Wahnsinn. Willst du es mal teilen? Ja, ich muss das mal raussuchen, wenn wir fertig sind. Jo. Schönste Zwergenfrau, die ich je gesehen habe. Ja, es ist halt gar nicht so bärtig, wie man... Also ich finde, der hat das richtig, richtig gut umgesetzt. Das ist mehr so ein bisschen wie Pflaumen, aber halt mehr so im Koteletten-Bereich. Ihr dürft euch jetzt nicht so ein Gimli-Vollbart vorstellen. Junge, Junge, Junge. Oh, Junge, hast du schon halb viel Rush gespielt? Äh, ja, habe ich. Und? Finde ich richtig geil. Macht richtig Laune. Macht Spaß, ne? Jo. Also ich habe es tatsächlich zum Release hing ich da ziemlich dran. Ich habe das nach wie vor noch nicht durch und auch ein bisschen liegen lassen, aber ich habe trotzdem sehr viel Spaß damit gehabt. Ich muss das auch demnächst nochmal angehen, wo du es jetzt gerade sagst. Ich habe es heute durchgespielt. Nice. Es hat mich echt ein bisschen gepackt. Ich finde das so geil. Dadurch, dass du dich halt auf den Beat verlassen kannst, kannst du halt richtig gut parieren. Ja, auf jeden Fall. Also diese ganzen... Es gab ja auch noch... Wie hieß denn das? Hellsinger? Oder so? Ja. Mit so Metal- oder Rock-Songs, wo du auch im Beat schießen musstest. Das fand ich auch richtig fett. Das ist schon ein gutes Schaum. Die Grafik davon nicht so geil hat mich nicht abgeholt. Einfach wie schlecht ist du von dich. Ja. Du bist aber auch nochmal eine ganz andere Sache. Das ist einfach geil, Alter. So. Bei dem Soundtrack Dämonen abzuschlachten, also sorry, das ist einfach ein No-Brainer. Das ist halt einfach echt der ganz private Boss-Track. Und zwar bist du der Boss. Das ist einfach... Ich liebe Doom. Ich hoffe, da kommt auch nochmal irgendwas demnächst. Ich brauche mehr Doom in meinem Leben. So. Aber ich erspare euch jetzt mal hier das ganze Kisten eingeräumelt. Das ist ja langweilig. Ich würde sagen, wir hatten eine super erfolgreiche Folge, oder? Also wir haben den Smelter endlich mal fertig gebaut bekommen. Das heißt, als nächstes geht es um dieses Kohledingsi-Boomsi, das ist ja noch irgendwie beschafft werden muss. Auch wie süß jetzt steht der Forge hier auf unserer kleinen Veranda. Genau. Das ist auf jeden Fall bisher der Fortschritt in Valheim. Ich glaube, wir haben jetzt noch einen Zockwoch. Also noch einen Mittwoch, wo wir das zocken. Aber da müssen wir nochmal gucken. Aber ich glaube, es ist noch einmal und dann... Dann war es das auch schon wieder mit Valheim tatsächlich. Das geht... Das geht aber auch immer rapide durch. Und das Problem ist, in Valheim hatten wir jetzt ein paar Mal das Problem, glaube ich, dass wir die Folgen nicht so ganz aufnehmen konnten. Und ich war ja, glaube ich, einen Zockwoch nicht da. Darum fällt Valheim ein kleines bisschen kürzer aus. Aber genug geschwafelt. Das war eine weitere Folge und ihr könnt euch auf noch mehr Folgen Valheim freuen. Ich glaube, zwei werden das bestimmt noch. Aber wir lassen uns mal überraschen. Keine Versprechungen. So. Und jetzt macht's gut. Wir sehen uns das nächste Mal mit dem Zockwoch. Vielleicht mit was anderem. Vielleicht mit Valheim. Hauptsache, wir haben alle Spaß. Macht's gut.